Mavis? Was? Ist alles in Ordnung? Mit einem echten Drink ginge es mir wesentlich besser. Ähm... Hier ist doch was. Danke, Buck. Weißt du... Oh Gott! Äh... Ich hol dir... Blöde Kuh! Du blöde Kuh! Du bescheuertes Miststück! Oh mein Gott! Du solltest dein Gesicht sehen! Es war ein Witz! Was ist los? Stehst du jetzt da wie der letzte Depp? Mir gefällt dein Pullover. Ich hol dir einen Lappen. Ja, hol mir einen Lappen. Liegen hier sowieso überall rum. Kotztücher, soweit das Auge reicht. Weißt du, was das Komische ist? Ich hätte genau dieselbe Party schon vor langer Zeit haben können. Genau dieselbe Party. Ja. Buddy und ich waren vier Jahre zusammen und wir waren unzertrennlich. Jen weiß es noch, stimmt's Jen? Sag schon! Warte, komm... Lass gut sein, es ist Seide, sie ist ruiniert. Mavis, Liebling. Mom, ich versuche eine Geschichte zu erzählen. Buddy hat mich geschwängert. Mit 20. Und wir wollten es behalten. Mhm. Mhm. Wir hätten ein Baby und eine Pinkelparty und ein Planschbecken. Eben all das. Und in der 12. Schwangerschaftswoche, tja... Da hatte ich eine Fehlgeburt. Was ich im Übrigen niemandem wünsche. Vielleicht, wenn es in der Südregion meines geschundenen Körpers etwas wohnlicher wäre, hätten Buddy und ich jetzt einen Teenager und wahrscheinlich sogar noch mehr Kinder. Weil wir immer zueinander fanden. Immer! Stimmt's, Jen? Sag schon! Fuck! Das ist ein neues Traumset für Beth! Was ist los? Gar nichts. Was? Was meinst du mit gar nichts? Mein Gott, was ist los mit dir? Bist du eine von diesen Leuten, die eine Anzeigetafel brauchen, um Gefühle auszudrücken? Kümmer dich um deinen Scheiß! Warum versuchst du mich zu decken? Das reicht, Mavis. Du bist betrunken. Ich bin betrunken, seitdem ich zurück bin. Aber es hat ja keinen interessiert, bevor die da auseinandergegangen ist. Was ist denn bloß los? Warum hast du mich eingeladen? Ich habe dich nicht eingeladen. Meine Frau tat es. Beth hat mich praktisch gezwungen, dich anzurufen. Du tust dir leid. So geht es uns ein, Mavis. Offensichtlich hast du mentale Schwierigkeiten, eine Depression. Du bist sehr einsam und verwirrt. Also wollte Beth, dass ich dich einlade, obwohl ich es für einen Fehler hielt. Ich hatte recht. Du lügst. Es stimmt. Hm. Und jetzt? Hast du mich jetzt? Was? Muss einfach sein, denn ich hasse dich wie die Pest. Seht euch an. Was stimmt mit euch Menschen nicht? Mavis Schätzchen. Weißt du, ich bin zurückgekommen, wegen dir. Wegen dir. Und ich hasse diesen Ort. Es ist ein altes Kaff, das nach Fischscheiße stinkt. Aber ich kam zurück. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Und jetzt ist das. Untertitelung des ZDF, 2020